Die Gäste Die Gäste Sehr schön hier Oh, mit dem Wasser da. Können wir machen. Boah, hier ist aber kalt. Aber ich dreh erstmal außen rum nochmal und dann... Wenn du irgendwo stehen bleiben möchtest, dann sag... Das ist ja sehenswürdig hier. Ich bin da mal hin, ne? Ich bin da mal hin. Ich bin da nicht. Ich bin da nicht. Lass uns die Luftfilterhäuser abnehmen... Ich werde nicht nur hier sein. Mal nichtballe. Ich werde niemals auch hier sein. Ich werde nur hier sein. Ich laufe da hinten mal rum, dann komme ich wieder her. Ich laufe da hinten mal rum, dann komme ich wieder her. Dann komme ich wieder her. Ich komme dann hierher. Oh, ist das schön hier. Ich laufe da hinten mal rum. 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 Hallo. 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 Ja. Ich laufe. 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 Aber das ist richtig typisch holländisch hier, ne? Ich laufe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Prozent sowas so viel entspannen und das geht jetzt hier ein ganzes ende weit ja ich weiß nicht genau wie weit so weit bin ich hier auch noch nie gewesen ja so ein Stück habe ich da gesehen herrlich hier riecht auch ganz anders ne ja das sind alles so Plätze was man gar nicht so als Tourist so rauskriegen würde ne und das bietet ihr dann auch an oder guck da mal das ist hier nicht für Stunden so mal eine kurze halbe Stunde hin und her laufen hat man was gesehen und das machen wir dann auch und das mache ich ja da bei der Wassermühle dauert auch keine zehn Minuten und dann fahren wir nach Nordhorn zum Beispiel mal ja ja gute Idee ja 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 hier sieht alles so gleich aus hier ja wir können noch zu der Ecke fahren gucken ja ich denke da ist auch nicht mehr das sieht man auch dasselbe ja und dann laufen wir zu ja bis zur Ecke und dann wo die Kurve da ist ne ja 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 Ruhe von äh still leise ja da hinten gehen noch ein paar Leute das hätte ich jetzt nicht gedacht ne Montag war nicht mal nie so aktiv meistens das kommt jetzt auch schön hier wir sind bestimmt auch mal kühlen ne ja ich glaub schon aber leider muss schon aber ich weiß es nicht ja weil das Tier abgezäunt ist so ein bestimmter Tiere mal sein ja das kann auch sein das ist nur für Heu ja kann auch ja kann auch ja 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 ein Kind hm schön ja ja das geht bestimmt hier noch sehr lang dieser Weg ja das kann es sein ich war auch noch nie so weit äh raus dass ich weiß wo das da ist aber das sieht alles ähnlich aus ja das äh sieht man hier schon da hinten kommt schon wie eine Weide ja ja da vorne wird bestimmt alles schöner noch sein ja was zu sehen ja ja nein drauf geachtet jetzt. Aber ich fand das nett, dass wir so grüßen. Das ist noch ein altes Häuschen. Das können wir uns noch angucken. Das ist aber frisch. Ja, ist ein früller Wind. Ich kann doch meine Halbschuhe ziehen. Das kann man sowas erwerben. Ja, das Häuschen noch und dann gehen wir zurück. Dann hat man noch ein kleines Ziel. Dann noch ein Film. Das ist herrlich hier. Das sieht hier bestimmt im Frühjahr auch sehr schön aus. Das ist ja eine Allee. Ich weiß nicht, wie viel schon ein einziges Gefallen ist. Das ist mir eine alte Scheune. Ja. Das ist mir eine alte Scheune. Ja. Das ist mir eine alte Scheune. Ich ziehe sie mal ran. Das kann sein. Ich kann hier mal rein kommen. Ich ziehe sie mal ran. Ich kühe mal ran. Ich kühe dachte ich mir überall einen Haus. Ich kühe mich an! Untertitelung des ZDF, 2020